hallo zusammen wie sagt man so schön nach dem projekt ist vor dem projekt es gibt ein neues mein enkel wünscht sich einen kleinen hocker und dazu habe ich hier jetzt erstmal einen meter brennholzklüpfel auf buche hier zerschnitten in 33 zentimeter stücke weil ich brauche 29 zentimeter lange beine vier stück und jetzt werde ich mal versuchen hier aus diesen klüpfeln beine zu drehen ja fangen wir heute mal an so gerade eben habe ich bemerkt warum man beim drechseln doch ab und zu mal ein bisschen was vor dem auge hat gerade haben hier so ein drum geflogen so ein drum rinde oder was das heißt hier ganz schön geschnallt also weiter im text so langsam ist aus so einem unförmigen klüpfel hier schon mal so etwas annähernd wie rundes geworden jetzt hoffe ich nur dass ich überall genügend material habe hier noch ein fürchterlicher schlitz drin dass ich ein schönes rundes bein bekommen also mittlerweile kann man hier auch jetzt einigermaßen drüber fahren mit dem mit dem mit der schubröhre mit dem drehwerkzeug ohne dass einem gleich immer halbwegs alles um die ohren fliegt und kann jetzt mal nachdem jetzt das ruhiger läuft man anfangen sich eine runde fahren zu machen ich möchte ich hoffe ich möchte ich würde gerne versuchen so ein hockerchen zu machen was unten so ein bisschen dickere beine hat das heißt ich muss jetzt mal so ganz langsam anfangen das ding hier auch vereinheitliche auf einen einheitlichen durchmesser zu drehen und mir dann eine kleine papier schablone machen dass ich alle beine gleichmäßig machen kann jetzt haben wir hier zumindest mal ein einigermaßen rundes stück auch die fehlstellen die drin sind sind jetzt hier vielleicht noch 1,5 mm tiefer ich bin noch mindestens 4 mm 5 mm zu stark für das bein und jetzt mache ich mir mal eine schablone ich habe mir jetzt mal so eine schablone gebaut wie ich mir so ein stuhlbein ungefähr vorstellt und jetzt brauche ich einen bleistift und das übertrage ich mir hier mal ein paar so markante stellen von der schablone ist die dickste stelle hier geht es wieder auf dünn und hier ist ungefähr feierabend jetzt versuche ich einfach mal mal sehen wie weit ich komme so Die Stärke der Sitzplatte 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 Und weiter geht der Spaß mit dem nächsten Rohklüpfel So soll er mal aussehen Das ist da drin versteckt Gucken wir mal Mittlerweile habe ich vier Beine Die zumindest ähnlich aussehen Nicht absolut identisch Aber zumindest kann man erkennen Dass es vier Beine sein sollen Jetzt muss ich mich über die Sitzfläche machen Oben Und dazu hole ich mir zwei von meinen Brettern Die ich da organisiert habe Schneide mir die zurecht Hobel die Und nachdem die nur 25 sind Wenn ich aber 30 brauche Muss ich hier ein Stück anleimen Ich habe jetzt zwei von meinen Seniorenheim Brettern Die ich bei einem Abriss von einem Seniorenheim organisiert habe Ich mache euch hier mal den Link dazu Habe ich jetzt gehobelt und geschnitten Und habe jetzt mal die schönsten Schnittkanten rausgesucht Die hier am besten fluchten und passen Und auch vom Bild her einigermaßen passen Und die leim ich jetzt zusammen Ich schmier beide Seiten mit Leim ein Weil der Leim ja ein bisschen ins Holz einzieht Und ich bei so Verleimungen, die dann wirklich halten müssen Und zwar übel halten müssen Einfach lieber auch nochmal sicher gehen Ich habe hier jetzt keine Hölzer die ich unterlege oder ähnliches Weil sich das vermutlich ganz gut spannt Über die Größe von den Brettern Und ich sowieso das hinterher nochmal absägen werde Und damit ist das alles nicht so schlimm Wenn das hier ein Millimuck auseinander läuft Ja Perfekt Ich muss jetzt hinterher sowieso nochmal hier ringsrum je 5 Millimeter abschneiden Und damit kann ich jetzt jederzeit hier direkt auf die Kante spannen Wenn das jetzt schon end wäre und schön Dann würde ich hier noch etwas unterlegen Damit keine Dellen entstehen oder sowas So hier bin ich Ohne spürbare Kante Hier läuft es auch Das bringe ich jetzt mal raus Draußen hat es 25 Grad oder was So stellt es in die Sonne und dann wird es schneller trocken So jetzt geht es ans Späne aufräumen Meine Lieblingsarbeit ich bin der Meister des Aufräumens Das weiß jeder der mich kennt Wenn ich es verhindern kann lasse ich es sein Aber es hilft nichts Jetzt müssen wir irgendwie mal hier durch Es schaut aus wie Sau hier Also müssen wir es so weit aufräumen Dass wir wieder einigermaßen arbeiten können Die nächste Arbeit die ansteht Ist jetzt hier bei der Sitzfläche Die Kanten abzurunden Und da habe ich noch vom letzten Projekt Wo ich hier für den Kumpel Für die Katzen solche Bretter gemacht habe Dass die klettern können Habe ich hier seitlich die Rundungen gemacht Und da habe ich mir hier eine Musterschablone gebaut Und die kann ich jetzt hier wunderbar nehmen Für den Kopierfräser Und kann die hier einfach mal wieder verwerten Sehr schön Jetzt brauche ich meinen Kopierfräser Das hat natürlich einen gewissen Luxus Wenn man zwei Fräser hat Und den einen gleich als Kopierfräser hat Und den zweiten als Kantenfräser Und ich nochmal neu umstecken muss Das ist schon schön Wenn wir hier mal gucken Wenn wir hier mal gucken Und rund Jetzt geht es ans Kantenbrechen Dazu brauchen wir den Kantenfräser Und die andere Seite Wunderbar Alles super Was wir jetzt noch machen müssen Durchs Leimen Das ist dann natürlich noch ein bisschen Dreck auf der Oberfläche Das heißt Jetzt schleifen wir hier nochmal die Fläche nach und jetzt fahren wir mal Kantenbraten Zufall 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 Das war's. So, jetzt zählt es. Wie kriegen wir das hin mit dem Bohren? Wie weit aus der senkrechten müssen wir? Das ist in Ordnung. Dann geben wir hier mal Zehen raus. Die Markierungen machen für die Löcher mit 4,5. Da kann man. So, ich habe die hier einfach mal angekörnt, dass ich beim Bohrer später nicht mehr so verrutsche. Und jetzt mache ich hier noch die Zehnerlinien für das Anlegen von dem Querstück. Das heißt, wir gehen hier auf Zehn. Jetzt habe ich meine Markierungen, wo ich das Querholz anlege. Meine vorgebohrten Löcher, jetzt muss ich da nur noch mit der Tiefe aufpassen. Da muss ich jetzt nochmal... So, leider gab es eine blöde Überraschung. Und zwar habe ich ja die Beine auf 25,3 Millimeter ungefähr alle gedrechselt und geschliffen. Und nach der Bohrung mit dem 25er Forstnerbohrer habe ich jetzt festgestellt, dass die Löcher durch die Bank ungefähr einen Durchmesser haben von 26 Millimetern. Was natürlich für die Beine vom Passen her alle 25,9, 26 Millimeter super toll ist, denn die Beine wackeln jetzt alle wie Kuhschwanz. Jetzt habe ich mir so eine kleine Anlehnung an die Sanitärecke einfach Sanitärhanf geholt, umwickel die hier mit Sanitärhanf, zieh die hier sauber rein, mach das Ganze noch mit etwas Zwei-Komponenten-Harz statt Weißleim. Und dann sollte das an sich kein Thema sein, jetzt stellt sich aber die Herausforderung, dass der Winkel der Beine passen muss. Und um jetzt den Winkel passen zu kriegen, habe ich jetzt einfach hier den Karton genommen und stelle das Stühlchen innen genau ins Eck rein und richte dann das Bein genau am Eck aus. Und dann hat jedes von den Beinen seine richtige Neigung und die halten auch. So, das heißt nochmal zwei Beine festmachen, wobei ich hier auch jetzt erstmal die, hier unten die Enden noch schön mache. Die sägen wir jetzt erstmal auf der Kreissäge noch ein bisschen glatt und dann gehen sie hier über, ach da können wir gleich drüber gehen. So, der passt und den müssen wir vorher nochmal über die Kreissäge jagen. Gut, Hand holen, Handschuhe holen, Wachs sag ich, Harz herrichten und einleimen. Der ist im Ordner, der ist schön. Ja, da brauchen wir jetzt ein erstes Mal ein Grund für das zweite Bein. So, das müsste eigentlich für beide Beine reichen. Jetzt stecken wir beide Beine rein und dann wird er innen in der Kiste ausgerichtet. Ich streiche jetzt hier innen mal den Rand vorsichtig ein, dass da überall was hinkommt. Und dann als nächstes hier das Bein ein bisschen, bevor wir mit dem Hanf anfangen. Da kommt dann auch gleich nochmal in den Hanf entsprechend ein bisschen was mit rein. Das könnte, könnte reichen von der Menge. So, und jetzt steckt man rein. Und jetzt rein in die Kiste und an der Ecke ausrichten. Okay, einfach hier rein, schön in die Ecke rein, das Beinchen zur Ecke rausdrehen, rausnehmen, nächstes Bein. Ran an die Ecke, ausrichten, passt. Jetzt können wir gleich mal überprüfen, wie die anderen Beine, die schon gemacht sind, wie gemacht. Okay, es sieht zumindest aus, als wäre es ein Hockerchen. Und die Beine sehen auch auf den ersten Blick zumindest mal ähnlich aus, wenn auch nicht absolut gleich. Aber jetzt lassen wir das ganze Ding hier mal hart werden. Und wenn es hart ist, dann mache ich da unten die Reste von dem ganzen Hanf weg. Schleife die Kanten mit dem Harz nochmal ein bisschen nach. Ja, und dann ist er fertig. Schleife die Kanten mit der Kanten mit der Kanten mit der Kanten mit der Kanten. Dass gerade die Kanten mit der Kanten mit der Kanten bangs ausassiciert. Vielen Dank.